Kann ich irgendwie Fotos oder Videos machen, um Fame zu werden? Man wird nicht Fame, weil man Fame werden möchte, sondern man sollte intrinsisch motivierterweise das teilen, wenn, was einem auf dem Herzen brennt. Smoothie Listens. Ein Podcast, der interessante Persönlichkeiten, unübliche Karrierewege und die Vielseitigkeit des Lebens aufdeckt. Heute hören wir den Mathe-Erklärer auf YouTube. Entrepreneur und Bildungsbotschafter schlechthin. Viel Spaß mit Daniel Jung. Hi und herzlich willkommen zum Smoothie Listens Podcast. Wir haben heute den Daniel Jung da, unseren allerersten Gast. Und ich würde sagen, hi Daniel, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du, wer ist Daniel Jung? Ach, im Internet kennt man mich als Mann vor weißer Tafel, der in kurzen Fünf-Minuten-Tutorials Mathe erklärt. Und ansonsten mache ich auch ganz viel im Bereich Lernen und Lehren der Zukunft, neue digitale Modelle, aber auch analoge. Und bin eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt jetzt unterwegs und versuche, die Zukunft der Bildung mitzugestalten. Und wie schaffst du es, Menschen überhaupt für Mathe zu begeistern? Ich meine, Mathe ist ja eher so ein Hassfach, sage ich mal, zum größeren Teil. Ich glaube vor allen Dingen durch das Verständnis. Ich habe ja über 2000 Mathe-Tutorials draußen auf YouTube, aber auch auf TikTok, Instagram, Snapchat. Also ich habe jedes soziale Netzwerk immer genutzt, eigentlich um Mathe-Inhalte zu teilen. Und dann eben auch nicht nur für ein paar Videos, sondern echt so die komplette Palette von 1 plus 1 ist 2 bis komplexer Analysis. Und ich glaube einerseits dadurch, dass ich es echt schlicht mache und dass du es verstehst, dann, ich sage mal, so die Hülle und Fülle an Videos. Und dann vielleicht auch jetzt die Aufbereitung seit ein paar Jahren, dass ich eben nicht in Anführungsstrichen nur Mathe-Videos mache, sondern das Ganze auch verfilme, mich begleiten lasse, erzähle über die anderen Dinge, die ich da tue. Ein eigener Podcast auch bei mir und wo es mir immer darum geht, a. selbst zu lernen und b. natürlich auch viel mitzugeben, was da gerade passiert in der Welt. So ein Thema lebenslanges Lernen, das ist einfach ein dickes Brett, da sollte man sich einfach darum kümmern. Wie bist du denn vom Mathe-Erklärer zum Bildungsunternehmer geworden, sage ich jetzt mal? Also wie kam da der Sprung? Ich meine, das ist ja auch, ich meine, du sagst, du bist zehn Jahre schon oder eben ein Jahrzehnt dabei. Wie kam das überhaupt? Ja, die wenigsten wissen, ich war ja vorher auch schon unternehmerisch unterwegs. Ich habe direkt im ersten Jahr vom Studium gegründet. Das war damals ziemlich lokal bei mir in der Heimat in Remscheid. Da haben wir Tennistrainer kombiniert, die dann sowohl Sport, aber eben auch dann Mathe oder Englisch oder Physik studiert haben. Und dann hattest du in einer tollen Umgebung beim Tennistrainer oder bei der Tennistrainerin dann auch noch Nachhilfe. Ja, und das war ganz klassisch analog in den 2000ern und ich habe mich selbst natürlich erwischt. Da war ich weniger beim Studium und eher im Tennistraining, habe auch Kids-Camps geleitet. Also ich hatte wirklich 40, 50 Leute mit einem Team da. Dann ging es weiter zur Nachhilfe und da hat man sich dann dabei erwischt, welche tolle Umgebung man so schaffen kann. Man kennt das aus der Schule früher. Beim Sportlehrer hat man auch immer gerne Mathe dann noch gemacht, wenn man gerne Mathe gemacht hat. Ja, und dann, ja, so 2010, dann hörst du halt mal rein, was die Leute sagen. Wir haben da Videos entdeckt, dann guckst du selber. Ich habe dann auf YouTube tatsächlich Elite-Universitäten aus Amerika entdeckt, habe mir gedacht, Mensch, das kann nicht so falsch sein. Inhalte in Videoformen zu teilen und so wie ich immer war, testen, machen, wenn du überzeugt bist, auch von der Idee. Wenn es auch irgendwo schon gemacht worden ist, dann kann es nicht so verkehrt sein. Ja, das stimmt. Habe dann statt anderthalb Stunden Vorlesung, fand ich es spannend, also fünf Minuteneinheiten zu produzieren. Also kurz und prägnant effektiv. Kurz und prägnant, das kommt sicherlich auch sehr gut jetzt an. So, und dann ging es los, eigene Plattformen getestet. 2011 war das teuer ohne Ende, kein Geschäftsmodell. Ja, Schulen, ich bin auf Messen rumgerannt, habe gesagt, das könnte ja was sein mit dem Videolernen. Ja, das ist aber 2011, 13, 14, wollte ja keiner was von hören. YouTube lief aber so als, ich sage mal, als Testplattform einfach immer super weiter mit viel Feedback. Und gerade durch YouTube so meine erste Plattform, wo ich ja jetzt, ich weiß gar nicht, bei 320, 330 Millionen Views bin. Ja, schon ordentlich auf jeden Fall. Ja, das war natürlich dann ein guter Brand-Effekt im Sinne von, da werden Leute auf dich aufmerksam, dann kannst du neue Modelle testen, dann kannst du dich an Startups beteiligen, dann kannst du als Mentor einsteigen, dann kannst du eigene Sachen testen. Und so ging es dann mit einer Basis, dem Erklärvideo, auch als Asset, in eine Kombination mit einem Startup, wo ich Gründungsgesellschaftler bin, machen wir Hefte, wo du mit QR-Codes dann zu den Videos kommst. Einfach prägnante Erklärungen, Online-Formate, eigene Plattformen. Also sind das so Lernhefte? Genau, also ganz klassisch, auch analog, aber eben so einfach wie möglich kombiniert mit den Videos. Dann probierst du Online-Kurse jetzt bis hin zur eigenen Plattform gerade zu erreichen unter mathefragen.de. Du hast eine spezielle Frage, man kennt das. Es kann kein Video lösen, es kann kein Heft lösen, es kann nur der Mensch lösen. Also triffst du auch fantastische, motivierte Menschen, teilweise Studenten, Studentinnen höheren Semesters, die dir helfen und ja, gerade die letzten drei Jahre durch die Möglichkeiten, die man heute hat, sich zu vernetzen, Lösungen zu finden für Probleme, gemeinsam zu arbeiten, ist eine Riesenchance. Ich denke, auch heute wichtiger denn je, also gerade mit der ganzen Online-Lehre und so weiter und so fort, dass es ja eigentlich noch ein zusätzliches Mittel ist, um halt eben besser verstehen und lernen zu können, oder? Ja genau, dieses zusätzliche Additive bis hin aber zu, wir sind nun mal jetzt halt in dem Modus lebenslanges Lernen. Es gibt nicht mehr, ich bin fertig und dann mache ich 30 Jahre meinen Beruf. Sondern es wird zum Arbeitsprozess, zur Zukunft von der Arbeitswelt dazugehören, dass man ständig auch in der Lage sein muss, sich neue Dinge anzueignen. Und das eben auch in Plattform-Umgebungen digitalerweise. Und da haben wir einen Zug verpasst, den müssen wir jetzt ganz schnell mit PS vorantreiben, dass wir unseren Nachwuchs auch dahingehend trainieren. Ja, wie sieht denn dieses lebenslange Lernen eben auch mit digitalen Plattformen jetzt aus? Denn die Zukunft ist exponentiell. In immer kürzeren Zeitamständen passiert immer mehr. Ja, das stimmt. Es wird Probleme geben, die wir lösen müssen. Und auch da versuche ich mein Möglichstes, den Nachwuchs auch vorzubereiten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dazu, was war denn deine Motivation zu sagen, ich gehe jetzt auf YouTube und stelle Mathe-Probleme quasi vor oder Lösungen oder wie auch immer. Also was war die Vision und das Ziel auch? Ich habe einfach, man hört auch eben zu oder man macht Research im Internet und wenn es da schon Umsetzungen gibt, nochmal, wenn renommierte Universitäten aus Amerika das schon gemacht haben, seit Anfang der 2000er, auch auf eigenen Plattformen, dann kann das nicht so verkehrt sein. Also habe ich mir gedacht, na dann los. Und wenn die eben auf YouTube unterwegs sind, das war 2011 eben die führende Videoplattform, plus sie war super intuitiv damals schon zu nutzen und eine tolle Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen und Feedback zu bekommen. Heute gibt es ja a. wesentlich mehr Plattformen, b. ist es einfacher denn je. Ich habe vorhin hier gerade noch mit meinem Videoteam einen Tipp aufgenommen, wie kann man einfach jetzt in die Videoproduktion gehen und eben nicht nur hier ist mein Cappuccino, wie lecker ist er, sondern eben wirklich Wissensinhalte auch zu teilen. Denn auch das ist ein Tipp in dem Maße, wie man Erklärformate in Videoformen beginnt zu produzieren, hat man einen hohen Lerneffekt. Also wenn man unterrichtet, hat man einfach den besten Lerneffekt. Jetzt fragen Sie, wie kann ich denn unterrichten? Ja, einfach mal ein Erklärvideo produzieren, da muss man sich mit dem Thema beschäftigen, dann geht man in die Tiefe. Muss ein Konzept entwickeln und sowas. Und das ist eine ganz fantastische Möglichkeit, auch wenn Fragen immer kommen, wie bist du denn immer besser auch in Mathe geworden? Ja, ich musste mich dann teilweise auch in Themen reinversetzen, habe selber Research betrieben, habe mir amerikanische Tutorials angeguckt, habe mich mit anderen im Internet connected und habe mir dann wirklich überlegt, wie kann ich denn jemanden, der vielleicht gar keine Ahnung von diesem komplexen Thema hat, es so zu erklären, von Anfang an, dass du wirklich zum Aha-Moment kommst. Ja, ich meine, du meintest halt, du hast etwas gemacht, was schon amerikanische Unis gemacht haben. Ich frage mich dann halt dabei, warum haben das noch andere nicht gemacht? Also gefühlt, wenn man auf TikTok oder Co. unterwegs ist, da sieht man halt immer sowas wie, ja, dein Name und dann Mr. Wissen2go. Das sind so die zwei, die immer halt aufkloppen und dann denke ich mich so, ja, warum macht das denn keiner mehr? Weil es gibt ja noch andere Fächer, wo es vielleicht sinnvoll wäre. Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein deutsches Problem, so einfach da nach draußen zu gehen, sich zu präsentieren. Und nochmal, man muss ja heute gar nicht mehr sich selbst filmen, wenn jetzt einer Probleme damit hat, dass man sich nicht zeigen möchte, dann kann man auch einfach Videos produzieren, wo man den, weiß ich nicht, den Laptop abfilmt, was auch immer. Oder Animationsvideos oder was auch immer, ja. Aber einfach dieses nach draußen gehen. Aus den USA hat man vielleicht die Mentalität, die testen, die machen. Hier hast du ja in Deutschland auch relativ schnell, ich will nicht sagen Shitstorm oder Mobbing, aber vielleicht Gegenwind, ne? Was soll das? Das wird sehr kritisch gesehen, ja. Genau. Das ist manchmal schade, denn es geht gar nicht darum, dass man die Weisheit gepachtet hat oder das neue Zukunftsmodell hat, aber einfach dieses Machen, Testen, nach draußen gehen, eben soziale Netzwerke nutzen, um seine Ideen auch preiszugeben. Das sage ich immer wieder, hey, jeder, der da draußen jetzt ist, also ich musste damals, um mir Wissen anzueignen, noch mit einem Bus eine Stunde zur Bibliothek fahren, gefühlt eine Stunde suchen, um hoffentlich die richtige Information zu bekommen. Heute drücke ich auf einen Button und habe Zugang zu hochkarätigen Professoren. Plus ich habe die Möglichkeit, das, was ich an Wissen habe oder an Ideen, zu teilen und in Konzepte zu gießen und mich zu vernetzen. Mensch, das ist doch Wahnsinn. Das ist mega. Also nutzt das da draußen zusätzlich dazu, dass man natürlich auch Spaß haben soll und auch Spaß-Content konsumieren soll. Aber mir macht es unglaublich viel Spaß, meine Ideen nach draußen zu geben, Tipps nach draußen zu geben und die Zukunft so analog wie digital im Bereich Lernen und Lernen zu gestalten. Ja, das kann ich verstehen. Also für mich war es in der Schulzeit, also ich habe mein Abi zum Beispiel 2014 schon gemacht und da war es teilweise auch noch gar nicht so leicht, an Informationen ranzukommen. Also da war es auch noch sehr, ich sage mal, trotz, dass wir es schon 2014 hatten, immer noch relativ verpönt, irgendwie bei Wikipedia mal nachzugucken oder sonst irgendwas, sondern halt immer geht in die Bibliothek, guckt da halt und ich denke mir halt so, ist wichtig, sollte man auf jeden Fall gelernt haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen, dann sollte man vielleicht lernen, wie man das Internet nutzt. 2014, das muss ich mir mal vorstellen und jetzt Corona letztes Jahr, da habe ich mich gewundert, welche Diskussionen aufgekommen sind. Und nochmal. Verrückt, oder? Und auch das Format, in Bewegtbild etwas zu erklären. Wir hatten ein Telekolleg in Deutschland schon seit den 70ern. Und jetzt halt nicht mehr linear im TV, sondern zugänglich jederzeit, überall. Und meine Güte, additiv als zusätzlicher Einsatz, ob man selbst lernt oder es in der Unterrichtsgestaltung mit einsetzt, plus jetzt die Möglichkeiten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nach anderthalb Jahren wundert es mich, warum wir da nicht eigentlich wesentlich weiter sind. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich habe jetzt bis August auch studiert und das ist da nicht viel besser. Also das ist da teilweise auch eine völlige Katastrophe. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, haben wir ein ganz großes Problem, was die Bildung betrifft, würde ich sagen. Da bin ich wieder bei den Umsetzern, den Gestaltern, den Pioniergeistern. Jetzt muss man nach draußen gehen. Unabhängig davon, ob ich irgendwo aus dem System heraus was ändere. Ich kann es eben jetzt, ob es ein Startup ist, ob es durch eine Förderung ist für Initiativen, erzählt, also das ist jetzt ein Tipp nach draußen, wenn man zuhört oder zuschaut, schreit eure Ideen nach draußen. Irgendjemand wird sich mit euch connecten und hoffentlicherweise die Ideen vorantreiben. Ja, ich denke, dass super viele Ideen einfach in die Tonne geschmissen werden, weil man sich denkt, ach, das will doch eh keiner, das glaubt eh keiner. Und dann kommt einer, der macht es und dann ist es doch irgendwie beliebt oder hat ein Bedürfnis oder was auch immer. Das ist dann schon ziemlich cool eigentlich. Wie sah dein Weg zum New Learning Entrepreneur aus beziehungsweise was ist denn das überhaupt so? Der Begriff ist halt, ja, ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen, würde ich sagen, oder? Also ich will jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich werden. Denn Lernen ist jetzt per se nichts anderes wie auch früher. Das ist eine Synapsenveränderung. Ja, die Neuronen feuern. Es gibt stärkere Verbindungen. Es ist per se immer noch ein emotionaler Prozess, aber es ist tatsächlich möglich, eine Emotion auch über ein Video zu vermitteln. Bei mir ist es ganz banal. Ich lächle am Ende noch in die Kamera und dann zeige ich meinen Bizeps, wie viele immer schreiben. Plus, ich habe dann auch noch in den fünf Minuten irgendwie einen H-Moment gehabt oder wenn es drei, vier Videos sind. Man muss sich das einfach vorstellen, so das in Kombination jetzt mit verschiedensten Lösungen, ob das die hybriden Lernmöglichkeiten im Sinne von Lernheften kombiniert mit den Videos sind, Online-Kurse, Content Spaces. Also wir haben in Remscheid, in meiner Heimatstadt, in Köln jetzt neu bezogen, die Möglichkeit vor Ort zu produzieren, Inhalte zu produzieren. Wir geben Lehrkräften eine Bühne, die dort vor Ort produzieren können. Wir besuchen Lehrkräfte, geben denen eine Bühne, die selbst wiederum produzieren und ihre Inhalte auch bei uns bereitstellen können, die Videos sich vernetzen können. Und wie schon erwähnt, so ergibt es sich dann, Entrepreneur ist ja, du wachst morgens auf und suchst nach Lösungen. Und New Learning ist einfach, ja, es ist ein neues Lern-Ekosystem oder Ökosystem. Warum? Weil eben die Möglichkeiten so fantastisch jetzt sind. Ich hole mein Smartphone raus, drücke auf den Knopf und bin entweder verbunden mit Menschen, um Wissen zu teilen oder mir anzueignen, in der direkten Interaktion. Nochmal, ich habe Zugriff zu hochdekorierten Professoren, kostenlose Inhalte. Nicht alles wird kostenlos bleiben oder ist kostenlos, das muss man auch verstehen. Naja, da steckt ja viel Arbeit auch dahinter. Aber diese Möglichkeiten, unabhängig von einem System, was natürlich eben noch beruht auf der ersten Industrialisierung, auf der ersten industriellen Revolution, das hatte irgendwo auch seinen Sinn. Aber jetzt hat das Bildungssystem sozusagen, ja, nicht schon immer versagt, aber jetzt ist es gescheitert. Es bleibt halt stecken. Es geht nicht voran. Jetzt muss halt umgesetzt werden. Ja, und wie bin ich zum New Learning Entrepreneur geworden? Nochmal in der Kurzform, in dem ich halt immer mutigerweise getestet habe, in dem ich gesagt habe, ich stelle jetzt diese Videos bereit. Ich ertrage auch negatives Feedback, weil man davon lernen kann. Mit jeder Aktion, die ich jetzt mache, auch mit großen Partnern, wo ich sage, ich kann im Bereich Hardware, ich kann jetzt nicht mal eben ein E-Board machen oder ein Videokonferenzsystem, also habe ich große Partner dafür, mit denen ich gemeinsam versuche, die hybride Lernzukunft zu gestalten, indem ich wieder teste, indem ich sage, ich kenne nicht die eine Lösung, aber ich mache wieder. Dann erzähle ich wieder darüber, teile diesen Content auf allen Plattformen und horche wieder auf Feedback. Und das ist auch immer so mein Appell nach draußen, nehmt mich so als Schild da draußen für Shitstorm. Ja, geht nach draußen, connectet euch mit mir, mit anderen und macht, testet. Und das hat mir immer am meisten geholfen, mutigerweise nach vorne zu gehen. Ja, das kann ich gut verstehen. Du meintest gerade, du bietest Lehrenden eine Plattform. Sind das dann eher jüngere oder auch ältere Personen, die das dann nutzen? Von bis. Also es sind Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, es sind Lehrkräfte drauf, Professoren. Es ist für jeden offen, der im Bereich Mathematik, Chemie, Physik, Biologie, Informatik, Also alle MINT-Fächer. Genau, also das natürlich, das war ja so Mathe natürlich der Start und natürlich MINT jetzt die Fokussierung, aber auch in Zukunft gerne auch andere Themen, einfach um sich intuitiv miteinander abzusprechen, Schritt für Schritt zum Lernerfolg zu kommen, aber eben nicht nur mit Bilder hin und her geschickt interagieren oder Text, sondern eben jetzt auch mit Videos. Und das ist, finde ich, total spannend. Es ist kostenlos. Und das jetzt weiter voranzutreiben und wieder mit dem Feedback zu arbeiten, auch gerade von den Lehrenden, das ist super spannend. Ja, definitiv. Also ich stelle es mir, also gerade auch als junge Person, stelle ich es mir eigentlich ziemlich cool vor, weil man dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit hat, direkt mit gewissen Personen halt auch zu reden und nicht erstmal über zehn Umwege. Oder ich habe halt auch häufiger, gerade im Mordunterricht, wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstanden habe und gefragt habe, wozu brauche ich das später in meinem Leben? Oh, gefährliche Frage. Ja, da wurde mir gesagt, wenn du diese Frage stellst, brauchst du gar kein Abi machen. Und da muss ich sagen, vielen Dank an meine Mathelehrerin damals in der 11. Klasse. Ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht, sogar ganz gut, habe einen Bachelor. Demnach, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, trotz dieser Frage. Da muss ich halt sagen, ich kann so Lehrer nicht verstehen, weil es doch sehr einfach nicht empathisch ist, weil ich möchte verstehen, wozu ich es brauche, aber ich kriege keine Antwort. Und das ist irgendwie, es sollte ja eigentlich nicht so sein. Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil jetzt kann man es eigentlich auch so herrlich erklären, ob Mathe, Biologie, Physik, Chemie. Man kann so toll in Anwendung gehen, kann erklären, wofür wir es brauchen, warum wir Forscherinnen und Forscher brauchen. Aber genauso gut kann man erklären, warum es im Zuge der A, Digitalisierung, B, jetzt dem eigentlich dem größten Thema, eigentlich künstliche Intelligenz, worum geht es in Zukunft? Lernen und Lehren, aber auch Arbeiten wird menschlicher. Es wird um Teamfähigkeit, um Empathie gehen. Auch das kann man wunderbar umsetzen, warum man jetzt ein Mathe, Informatik, Biologie, Robotik Projekt macht, warum man dort Teamfähigkeit schulen kann. Es könnte eigentlich so einfach sein, weil nochmal auch für die Lehrenden, es stehen so viele Menschen, Institutionen bereit zu sagen, hier, wir helfen euch, nur macht und testet. Und dann muss man aus der Sicht der Lehrenden vielleicht jetzt sagen, wenn da Hürden sind, wahrscheinlich wegen Bürokratie oder was auch immer. Ja, ich wollte es kurz sagen. Ich glaube, dann redet darüber im Internet und macht, weil ich glaube, jetzt wird es keine Schelle mehr geben, sondern jetzt haben wir auch keine Zeit mehr. Also wenn nicht jetzt, wann dann so ungefähr, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nicht durchziehen, dann können wir dieses Land eigentlich gegen die Wand fahren lassen. Genau, und es wäre schade für das Land der Dichter, Denker, Ingenieure. Wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Know-how in unserem, vor allem unser Rückgrat wirtschaftlich, dem Mittelstand, da liegt so viel Know-how. Also sowohl in Schulen als auch Universitäten, aber eben auch in Unternehmen würde ich anfangen, Wissen zu produzieren, zu teilen und gemeinsam da in die Zukunft zu gehen, um dann die ganz großen Probleme in der Zukunft anzugehen. Ob Biotechnologie, Klimaneutralität, Künstliche Intelligenz, da kommen Prozesse auf uns zu, die können da eben auch spannend sein, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen und eben neu gestalten. Definitiv, ja. Du hast mal gesagt, dass jeder dieselbe Chance bekommen sollte, alles erreichen zu können. Und dann frage ich mich halt, wie stellst du dir das vor? Was würdest du zum Beispiel im heutigen Bildungssystem anders machen? Und wie soll denn jeder Schüler, jede Schülerin dieselbe Chance erhalten? Weil es ist allein aus sozialer Sicht sehr schwierig. Ein wichtiger Punkt, auch das ist ein Riesenthema bei uns auch im Team, Zugang zur Bildung. Was ist mit denen, die sich mal nicht eben ein Tablet leisten können oder Internet, auch gerade deshalb habe ich ja begonnen, meine Content Spaces zur Verfügung zu stellen. Da müssen natürlich am Ende des Tages auch Konzepte dahinter, ob das durch Sponsoring ist. Und ich sage mir ganz immer, ich bin halt ziemlich frei, frei im Sinne von, wenn ich in der Schule oder Uni bin, muss ich wahrscheinlich fünf Millionen Anträge schreiben, bis ich eventuell hoffentlich eine Förderung bekomme. Und dann auch noch hoffentlich nicht den falschen Partner im Boot zu haben. Da sage ich mir, da mache ich einfach, weil nochmal die Zeit ist nicht da. Ihr wart ja so freundlich, mich mein Buch hinzustellen. Ich habe das neue Lern-Ekosystem dort auch drin beschrieben. Es gibt nicht die eine Lösung, aber die Kombination aus analogen und digitalen Modellen, da kann man eben testen. Und für mich gehört so ein Content Space. Ich habe den teilweise dann am Anfang auch Co-Learning Space. Das ist eigentlich für mich die Vision der Zukunft, wo du Produktionsstätte hast, wo du echte Menschen hast, wo du die Kaffee-Ecke hast, wo du Wissen teilen kannst, wo du aber einfach nur abhängen kannst. Also wo du einfach auch Bock hast hinzugehen. Wir sind ja hier auch bei euch im Studio, wo du sagst, hey, cool, coole Atmosphäre, Wissen geteilt, selbst wieder was gelernt. Und ja, das ist ein dickes Brett. Thema Bildung und eben auch Zugang zu Bildung. Wie ermöglichst du jedem den Zugang zu Bildung? Weil es ist auch ein Mythos, dass du jetzt sagst, okay, hier hast du ein Tablet, hier hast du Internet. Ja, aber wie bringst du dir denn selbst jetzt auch was bei? Richtig, ja. Da braucht es wieder den Mensch. Deshalb wollen wir ja auch eben echte Menschen in den Spaces vor Ort zusammenbringen. Genauso wie auch auf der Plattform. Dann kannst du von der Plattform in den Space, vielleicht von dem Space wieder auf die Plattform. Und so kannst du gestalten, unabhängig davon, irgendwelche Förderanträge zu schreiben. So, und das ist jetzt der Weg von mir, von meinem Team, bei all dem, was ich jetzt auch die nächsten Jahre mache, um wirklich frei von Restriktionen basteln, bauen zu können. Ja, aber ich meine, das wird ja trotzdem ein längerer Weg dann auch sein, weil ich meine, das von heute auf morgen zu machen, ist sowieso schwierig. Dann die gesamte Bürokratie, also ich kenne es aus der Uni, es ist eine Katastrophe, da dauert gefühlt alles länger als notwendig. Was wäre so der optimalste Fall? Also was denkst du, wie lange es dauern sollte, damit wirklich jeder die Möglichkeit hat zur Bildung? Ja, du, es gibt ja auch verschiedene Studien, was da draußen passiert. Ich glaube, wir haben jetzt so ein Zehn-Jahres-Zeitfenster bis 2030, 2031. In diesen zehn Jahren, wenn man sich einfach zurückerinnert, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, also eigentlich 2007, iPhone raus, immer bessere Internetzugänge, sagen wir mal ab 2011 dann, soziale Netzwerke, Zugang, Vernetzung, jetzt so viel Content-Möglichkeiten. Man möge sich nur erahnen, was in den nächsten zehn Jahren passiert, wenn ich sowohl analog wie auch digital einfach Zugang habe, mir Wissen beizubringen, sodass es mir Spaß macht, mich zu vernetzen und gestalten zu können. Schnell jetzt das Schulen und Unis verknüpfen, vernetzen mit denen, die da draußen gestaltet haben. Deshalb reden wir ja auch immer oder deshalb lade ich ja auch Professoren und Lehrkräfte in meinen Podcast ein. Wir müssen gemeinsam arbeiten, gestalten und ja, also die Uhr tickt, vielleicht sogar nur fünf Jahre, Thema exponentielles Wachstum. Wir wissen schon, ja. Aber wir müssen da echt für Plätze, mit Plätzen meine ich sowohl digitale Plätze als auch analoge Plätze, Ja, definitiv. bereitstellen, um zu sagen, hier zeigen wir euch, was da gerade passiert und welche Möglichkeiten ihr aber habt, euch auf diese Zukunft vorzubereiten. Ja, ich denke halt in dem Fall auch eher mehr kooperieren als in Konkurrenz halt zueinander stehen, weil ich meine, wenn man halt kooperiert, können halt viel, viel mehr Ideen auch entstehen und ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst, dass wenn jeder die Möglichkeit zur Bildung hat, also egal ob arm oder reich, wenn jeder gleiche Chancen hat, dass man dadurch ja auch einen Vorteil für die gesamte Gesellschaft schaffen kann und nicht nur irgendwie, ich meine, angenommen, da ist jetzt einer, der kann das Heilmittel für Krebs, Aids, was auch immer halt erfinden, aber er hat halt die Möglichkeit nicht, weil er nicht den Zugang zur Bildung hat. Ein banales Beispiel aus Südafrika. Jemand hat dafür gesorgt, dass er in einem, in Anführungsstrichen, Hotspot dort für Internet gesorgt hat. Dann konnten die Kids aus dem umliegenden Dorf dorthin marschieren. Einer ist jeden Tag, ich glaube, 45 Minuten dahin marschiert. Hatte dann Zugang, hat sich Coding beigebracht, noch ein paar andere Sachen und hat dann eine App nach draußen gebracht. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Worauf ich hinaus will, ist, auf einmal, was ist, wenn da einer hockt, der vielleicht die eine Lösung hat, ob es jetzt Krebs ist, was auch immer. Ist doch Wahnsinn, denen jetzt auch den Zugang zu geben. Ohne jetzt zu sagen, jeder muss relativ früh schon ein Tablet in die Hand haben und darauf rumwischen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ab einem gewissen Alter diesen Zugang zu ermöglichen, dann zu profitieren, wie du sagtest, von den Ideen, von dem Ideenfeuerwerk, unabhängig von Restriktionen, sitze bitte still und presse dir diesen Stoff in deinen Kopf, um ihn dann, sorry, dann wahrscheinlich auszukotzen in der Prüfung, sondern wirklich in den freien Lauf vernetzen, Probleme angehen, Lösungen zu finden. Mega. Also zum Thema halt was sich bei, also lernen und dann wieder auszukotzen. Also ich weiß noch, irgendwann in einem Physikunterricht, weiß ich nicht genau, sollten wir drei Seiten Text einfach abschreiben. Das war dann der Unterricht, fand ich auch sehr klasse. Ich habe davon nichts mehr im Kopf, genauso wie aber auch in der Uni. Das ist so, es gibt so Fächer, da lernst du einfach nur auswendig und kotzt es nach der Klausur aus und dann ist es halt weg und denkst dir so, und was habe ich jetzt davon halt für mich selber mitgenommen? Weil das sind halt so Fächer, wenn man die Möglichkeit hat, die praktisch darzustellen, das aber nicht tut, dann ist es doch klar, dass keiner auch Bock drauf hat. Ich meine, da fragt man sich halt auch so, wie soll man das halt besser machen, wenn man das Gefühl hat, die Lehrenden möchten das nicht mal, wenn sie gar keinen Bock auf Schüler, Schülerinnen, Studierende haben. Deshalb sollte man jetzt auf die treffen, die wollen. Richtig. Und die bieten sich gerade im Internet an und es war nie einfacher, diesen Strom dorthin zu finden. Das stimmt wirklich. Also ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Influencer wir haben, wie viele Plattformen wir haben, sollte man eigentlich jede Möglichkeit haben, denke ich mir. Siehst du dich denn selber als Influencer? Boah, ich mag das Wort nicht so, aber ich glaube, ich meine, jeder ist ja irgendwo ein Beeinflusser. Ja, das stimmt. Selbst wenn du jetzt einen Instagram-Kanal mit 50 Followern hast und teils Wissen für Biotechnologie und einer sagt, ich habe davon profitiert, dann hast du ihn ja beeinflusst. Ich glaube, wir sollten weg von diesem, die da auf YouTube oder TikTok oder Instagram wirklich relevante, nachhaltige Inhalte für Verstehensprozesse teilen. Ich sage mal, da ist vielleicht Influencer das falsche Wort, sondern ich wüsste noch nicht mal, wie das nennen sollst. Ich auch nicht. Wissensträger, die ihr Wissen teilen. Digitale Lehrkräfte. Edutainer vielleicht? Ja, es ist auch eigentlich egal. Es sollte nur nicht vermixt werden mit denen, die vielleicht für sich glücklich sind und, keine Ahnung, jeden Tag einen 10% Gutschein für Schmuck und Fashion teilen. Das ist auch eine Reise. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Menschen gibt, die beeinflussen im Sinne von Themen wie Physik, Chemie, Mathe oder eben auch Empathie, Führungsstrategien, Teamwork, Teamlead, Leadership. Also Soft Skills und Wissenschaft, kurz gesagt. Ja, Hard Skills und Soft Skills, Tipps und das nach draußen und wer sich dann wie nennen will, ist dann mal was anderes, aber das wäre schön, wenn wir da im Feed auf gewissen Plattformen unterwegs sind, dann noch mehr Inhalte kommen mit, hey, heute die drei Tipps, wie du Empathie in deiner Firma fördern kannst. Das stimmt. Also ich finde, zum Beispiel LinkedIn ist da so eine Plattform, die ich als sehr, sehr positiv wahrnehme, weil der auch wirklich, also man sieht ja auch, was andere Leute dann liken oder was auch immer und ich finde das eigentlich sehr positiv, weil ich dann halt auch immer wie Sachen für mich mitnehme, wo ich mir denke, ah ja, cool, könnte man mitnehmen, könnte man dran denken, was auch immer. Ein starkes Netzwerk, A, zum Lernen, B, aber auch zum Vernetzen und wirklich zum Vernetzen im Sinne von, wie soll man es nennen, wollen wir es nicht Business-Netzwerk nennen, vielleicht mit Fokus auf Business, aber jetzt schreckt viele mal ab, aber ich sage auch vielen, vielen Studentinnen, Studenten, das ist ein Top-Netzwerk für euch, auch für euren digitalen, ich sage mal, der digitale Pass, der digitale Abdruck, was du schon alles gemacht hast, dort wird auch rekrutiert. Also wie wenig das dann auch immer noch nutzen. Also da müsste man vielleicht mal, vielleicht brauchen wir auch eine Übersichtsplattform, hey, was gibt es eigentlich alles Tolles und wie könnt ihr es nutzen? Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Apropos Plattform, ich meine, du hast Unternehmen gegründet, du bist auf diversen Plattformen unterwegs, was ist so das nächste große Ding, sage ich mal? Was soll noch kommen? Doch, das nächste große Ding, ja, das ist für mich eigentlich das komplette Lern-Ökosystem, analog wie digital, über eine digitale Plattform und im Optimalfall eine analoge Plattform von Content Spaces zu verknüpfen. In Deutschland nur oder auch internationaler? Ja, alle schreien ja immer direkt weltweit, aber du musst natürlich auch mal irgendwo beginnen und ich fühle mich gerade im deutschsprachigen Raum recht wohl und wenn wir hier erstmal noch wesentlich mehr Content Spaces vor Ort hinbekommen, plus die Plattform, glaube ich, sind wir da mit unserem Team auf einem guten Weg und können echt nachhaltig gestalten, aber eben auch eine Bühne bieten. Definitiv, ja. Ich bin ja Freund vom Glücksprinzip, tue dreien was Gutes, wenn die wieder drei was Gutes tun, haben wir exponentielles Wachstum. Richtig, ja. Teile mit drei dann wissen, die teilen auch wieder mit drei, dann kann man sich vorstellen, was abgeht. Das wäre halt mega, wenn es halt so funktioniert, wie du dir das halt auch vorstellst. So, kommen wir mal ein bisschen zu deiner Vergangenheit, also ganz zurück. Erzähl uns mal was von deiner Schullaufbahn. Warst du ein guter Schüler? Wie war die Schule für dich? Warst du gute Mathe? Und so Sachen. Ich war schon immer sehr hinterfragend. Also so ein ganz klassisches Beispiel, warum muss ich jetzt in der Oberstufe, in der 13.1 und 2 so wie und Geschichte nehmen? Da war ja auch wieder die Antwort, ja, weil das so ist. Okay, nehmen wir es mal hin, aber warum geht das auch zu 100 Prozent in die Note mit ein, wenn ich doch in den anderen viel besser bin und das doch eigentlich viel prägender für meine Neigung ist? Ja, weil das so ist. Und dann hast du so einen Geschichtskurs, wo keiner richtig Lust hat, die beste Note ist eine 3-, du kommst gar nicht drüber hinaus. Richtig, ja. Also hinterfragen, hinterfragen und zeitgleich habe ich immer gern Sport und Mathe gemacht, habe immer gern schon relativ früh Tennistraining gegeben, Fitnessstudio-Training und halt in Mathe geholfen. Und dann war für mich eigentlich klar, ich werde später mal irgendwas mit Sport und Mathe machen und wahrscheinlich auch am liebsten unternehmerisch. Nicht Lehramt oder sowas? Also ich habe es angefangen zu studieren, weil, oder besser gesagt, ich habe angefangen an der Deutschen Sporthochschule Köln, dann wollte ich halt zeitgleich Lehramt studieren, habe das auch angefangen, aber das Unternehmerische kam schon relativ früh, ich will nicht sagen dazwischen, aber dazu und dann habe ich gemerkt, wie frei ich da bin. Dann habe ich gemerkt, der Klassiker, montags morgens, 8 Uhr Vorlesung, ja, voller Hörsaal und ich war einer, wahrscheinlich der Ersten, der auf YouTube eben schon nicht nach Katzenvideos, sondern eben nach Mathe hineingesucht hat. Ich war so fasziniert, mir die Sachen selbst beizubringen und unternehmerisch, ja, konntest du halt gestalten. Da hat sich so, wie gesagt, in den 2000ern eigentlich, da war die Neigung schon da, zu sagen, meine Zukunft wird wahrscheinlich eben unternehmerisch sein. Ich war zwar sehr strebsam in der Schule, um da auf deine Frage zurückzukommen und keine Ahnung, was habe ich gewonnen für Wahlen im Abi-Heft, so der Streber, keine Ahnung, Strebsamen, solche Sachen, Schwiegersohn, bla bla bla. Und trotzdem immer schon so ein bisschen Revolutzer vielleicht, aber 2001 Abi gemacht, da waren die Möglichkeiten einfach noch nicht da. Und das kam dann eigentlich so während des Studiums, während den 2000ern und vielleicht war das auch der Grund, warum ich mir irgendwann gesagt habe, für mich war es dann irgendwann zwangsläufig abzubrechen, weil das war nicht mein Weg. Ich konnte mir Dinge selbst beibringen. Ich war sehr affin für Risiko. Ja, das musst du als Entrepreneur, als Unternehmer sein. auch, dass man weiß, dass man irgendwann auch versagen könnte. vor allem im Bildungsbereich, dort auch Geschäftsmodelle zu finden, wie kriegst du es hin, dass die YouTube-Videos umsonst sein können, dass die Plattform umsonst ist. Wo schaffst du Geschäftsmodelle? Wie baust du ein Team auf? Dann wäre ja ein BWL-Studium auch nicht verkehrt gewesen. Ja, weiß man nicht. Ich sage mir jetzt auch, klar, jetzt die Controlling-Abteilung, da bin ich froh, dass jemand da ist, der studiert hat. Es geht auch nicht ohne Excel-Tabellen. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich bin mehr einer, der Sturm und Drang nach vorne, draußen auf den Bühnen stehen. Ich halte viele Vorträge. Also lieber machen. Ja, versuche zu inspirieren. Deshalb, das steht ja jetzt auch hier auf meinem Shirt, We Empower People, in der Erweiterung noch With Their Knowledge. Also da fühlen wir uns im Team echt ganz gut gerade. Das steht ja auch hinter, nehme ich jetzt mal. Ja, absolut. Ja, weil das ist, das Wissen ist das höchste Gut, das jetzt zu teilen, nochmal das auf Plattformen zu ermöglichen, nicht mehr abhängig zu sein von mir. Ja, ich war sehr lange dann auch eher solo unterwegs. Ja. Das jetzt mit einem fantastischen Team. Wie gesagt, ich sage mal, diese Affinität zum Risiko habe ich, glaube ich, erst dann durch, wirklich durch das Internet, glaube ich, ja, keine Ahnung, vielleicht entdeckt. Ja. Weil in der Schule war es schon eher so, die Hausaufgaben sollten noch sein. Ja. Und dann aber auch nochmal dieser Zugang, was du auf einmal, mitbekommen hast, Vorträge, TED-Conference, also TED-Talks, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist mega interessant. Wahnsinn. Also wirklich, wo ich mir dachte, hey, allein das kannst du in der Schule mal abspielen und du bist intrinsisch motiviert. So und jetzt drehen die Dinge meines Erachtens positiverweise durch. Jetzt zünden wir die nächste Raketenstufe und vor allen Dingen aus Deutschland heraus, da mal gerade im Bildungsbereich tolle Unternehmen zu bauen, Vorrang zu treiben. Das ist eigentlich super wichtig. Ja, definitiv ist es super wichtig. Ich finde auch, dass die Politik da zwar teilweise immer noch sehr langsam ist, aber es geht ja langsam in eine gewisse Richtung. Das ist schon mal ganz gut. Also Sie merken, es ist dennoch wichtig, gerade man hat ja auch gesehen bei den Wahlergebnissen, wie viele halt Digitalisierung, Bildung für sehr erstrebenswert erachten. Deswegen hoffe ich halt, dass es auch in die Richtung gehen würde. Du hast erzählt, du hast eben dein Studium abgebrochen. Hattest du da schon davor dann irgendwie einen Plan B irgendwann gehabt, wo du wusstest, okay, ich habe jetzt was, da kann ich jetzt hin oder hat sich das einfach irgendwie entwickelt oder also wie kam das mit deinem Abbruch? Ja, also wie erwähnt, für mich war einfach dieses Entdecken, Ausprägen weiter von meinem Gehen, das, ich fühle mich als Entrepreneur, ich stehe morgens auf, ich suche nach Problemen, ich möchte gestalten, ich möchte ein Team aufbauen, nicht um zu sagen, ich habe ein Team, sondern wirklich in diesem Bereich Bildung, Zukunft der Bildung etwas zu bewegen. Es kam natürlich positiverweise dazu, dass ich viele Menschen durch meine Mathe-Tutorials auf sozialen Plattformen erreichen konnte und dann war für mich klar, ich kann nicht in die Schule oder in die Uni gehen und da an einem Ort festgefahrenerweise sicherlich auch was vor Ort zu bewegen, aber jetzt, das fragen mich auch viele, warum bist du denn nicht an die Schule gegangen, warum bist du nicht an die Uni gegangen? Ja, weil ich jetzt so auch viel mehr bewegen kann oder auch viel mehr eine Bühne geben kann. Du bist viel mobiler, flexibler auch. Es ist aber auch nicht für jeden etwas. Das stimmt. Jeder muss Entrepreneur werden, das hat mir ja auch eine Zeit lang oder jetzt auch, der Start-up-Hype. Ich kann sagen, wenn du für alles verantwortlich bist, ja, das kann hart sein, oder da gibt es auch mal schlaflose Nächte, aber das ist halt mein Ding und so versuche ich natürlich jetzt auch Jobs zu kreieren, wo man in dem Umfeld bei uns auch eben mitgestalten kann und es muss auch nicht per se jeder abbrechen. Es spricht auch nichts gegen ein abgeschlossenes Studium. Man sollte sich eher jetzt überlegen, wo geht die Zukunft hin, sich permanent weiterzuentwickeln. Thema Nanodegrees, Nanodegrees, also so Mini-Abschlüsse, Mikrozertifikate. Wir überlegen im Team, wie können wir garantieren, dass man auch was lernt. Ich bin großer Fan davon, voneinander zu profitieren, gegenseitig voneinander zu lernen. Wie schaffst du eine Kultur im Unternehmen, dass du in die lebenslange Lern-Zukunft und Lehr-Zukunft gehst. Und ja, also wie gesagt, ich finde es einen spannenden Prozess und gerade jetzt sind wir in der Phase, in der Wachstumsphase, wo ich sage, puh, da, also wie will man da eigentlich oder wie wollte man da in Schule und Uni darauf vorbereiten, weil sich in den letzten zehn Jahren durch die neuen Unternehmen, die großen, ja so viel getan hat in neuen Prozessen. Und da sage ich mir auch da wieder, da können wir ruhig aus Deutschland auch mal sagen, da können wir von den Unternehmen lernen, können unser Know-how mit reingießen und jetzt wiederhole ich mich da immer, da dürfen wir ruhig auch mal sagen, hey, da können wir auch mal ein bisschen abgucken und das bei uns integrieren. Also ich finde, ich würde es eher als inspirieren nennen, das ist so, ne, und dann halt einfach daraus was Neues schaffen und dann halt für sich aber halt eben schaffen und eben das zum Thema ja auch wieder kooperativ miteinander sein und gerade, das ist ja auch für ein Unternehmen super wichtig, dass man halt miteinander und nicht gegeneinander arbeitet und ja, deswegen kann ich das eigentlich nur befürworten, was du gerade alles gesagt hast. Wir hätten noch eine, ein, zwei Fragen zum Thema, was du eigentlich dann ursprünglich machen wolltest. Du hattest ja gemeint, so Mathe und Sport war dann zumindest in der Oberschufe ein Thema, aber wie war es dann mit 16? Was wolltest du da machen? Was wäre dein Traumjob gewesen? Also ich weiß nur, dass ich in der vierten Klasse, glaube ich, mal gesagt habe, ich möchte Astronaut werden. Ah ja. Da kann ich mich noch dran erinnern, das war prägend. Ja. Und in der Oberstufe war es halt eben schon so, ich habe viel Tennistraining gegeben, Fitnessstudio-Training und Nachhilfe und da war mir ja klar, ich werde etwas im Bereich Unternehmertum, Mathe, Sport irgendwie machen. Ja, hätte auch sein können, dass ich eine, weiß ich nicht, eine Fitnessanlage baue mit Mathe-Einheiten. Wäre sicherlich auch gegangen. Es gab nicht den klaren Weg, sondern, es gibt Optionen, da möchte ich hin, das ist meine Neigung, dafür brenne ich und jetzt bin ich froh, dass ich durch, durch gerade die sozialen Netzwerke auch möglichst viele dazu inspirieren kann, auch diesen Weg zu gehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Leute sich auch trauen, was zu machen und nicht mehr diesen typischen, du musst erst eine, du musst erst Abi gemacht haben, dann musst du studieren und dann musst du noch das machen, dann musst du noch einen Master machen, am besten noch einen Doktor, wie auch immer. Und ich denke mir so, ja, kann man natürlich ja das machen, aber irgendwie fehlt dann doch die menschliche Erfahrung dazwischen, vielleicht auch zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Jahr Pause und gehe arbeiten oder gehe ins Ausland oder was auch immer. Auch mal ein bisschen entstressen. Ja, genau. Bei allem schnell, 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 schnell. Ja, gerade mit dem G8-Modell. Also die Jüngsten. Da könnte ich jetzt lange drüber sprechen. Müssen wir gar nicht, aber ich meine, wenn man bedenkt, die sind ZIP 10, gehen dann studieren, das ist halt, die haben die Wälter noch nicht mal richtig gesehen, sage ich mal. Richtig, richtig. Und da kann man sich wirklich entstressen. Man muss nicht mit 23, zehn Unternehmen gegründet haben oder die Karriereleiter bei Unternehmen XYZ bis ganz nach oben geklettert zu sein. Da hat man schon ein bisschen Zeit und sollte eher die Möglichkeiten nutzen, wie gesagt, die es jetzt gibt, sich zu vernetzen und auch eben, wie du sagst, Erfahrungen zu sammeln. Genau. So, jetzt noch zwei Fragen abschließend. Welche Learnings ziehst du aus deinem gesamten Weg bisher und was würdest du Schüler beziehungsweise Schülerinnen mitgeben für ihren Weg? Learnings auf jeden Fall einmal diesen Mut aufzubringen, wenn man motiviert ist, sich irgendwie sein Wissen teilen zu wollen, machen, bitte raus, eben nicht nur jetzt danach suchen, wie kann ich irgendwie Fotos oder Videos machen, um Fame zu werden. Man wird nicht Fame, weil man Fame werden möchte, sondern man sollte intrinsisch motivierterweise das teilen, wenn, was einem auf dem Herzen brennt. Und das waren eigentlich so die Learnings, als ich das begonnen habe, das war für mich einfach das Beste, es war mein Kern Mathe, es war Sport, es war Unternehmertum, dann mit Rückschlägen ja umgehen können. Ja, sehr wichtig. Aus der Schule kommen wir ja bloß keine Fehler machen, aber nur durch Fehler machen sammeln wir entsprechende Erfahrungen und können eigentlich dann daraus eben dann die Learnings ziehen, was kann ich besser machen, man sollte den gleichen Fehler möglichst nicht nochmal machen, sondern dann wirklich annehmen, man sollte nicht groß und sehr teuer scheitern, das habe ich sehr oft gemacht, sondern eher in kleinen Einheiten, aber auch davor keine Panik. Also man sollte sich einfach ausprobieren, effektiv. Auf jeden Fall und man sollte sich mit denen vernetzen, die einem auf die Schulter klopfen und man sollte sich nicht, das ist auch ein ganz klares Learning, ich habe mich am Anfang noch runterziehen lassen, gerade auf unserem hier in Deutschland Twitter, das ist so das Universum hier in Deutschland für Neider, Nörgler, wo man sagt, mein Gott, das ist nur ein Teilauszug, es gibt so viele, die dir dann oder euch dann sagen, toll gemacht, hey, das war nicht so gut, aber wir gehen in die Zukunft und ein Tipp jetzt für gerade Schülerinnen und Schüler, nutzt diese Möglichkeit vom Internet und wenn es banalerweise ein TED-Talk ist für Themen, wo ihr dann eingebt, keine Ahnung, eure Neigung ist Bio und Chemie und TED-Talk und dann, wow, total inspiriert, da gibt es vielleicht irgendwo das nächste Tutorial zu, da gibt es vielleicht ein Forum, wo man reinkommt, da vernetzt man, da gibt es ein Start-up, was dir ein Praktikum anbietet, völlig unabhängig, ob du eine 3 oder 4 Minus in der Mathe-Klausur hast, weil wieder irgendwie irgendwas standardmäßig war, diese Möglichkeiten, nutzt die nicht nur für den Social Media Feed, für tolle Bilder auch zu konsumieren, sondern euch eben motivieren zu lassen von ganz tollen Menschen, die euch da was mitgeben und ihr dann in Zukunft echt eine Chance habt, da auch in eine Zukunft zu gehen, wo ihr in einem Unternehmen landet, wo ihr gerne arbeitet. Das klingt auf jeden Fall ziemlich gut, klingt auch nach einem guten Schlusswort und ich würde sagen, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Danke.